Hi Leute und willkommen zurück zu Nähe Reppelkant. Wir haben im letzten Part ein bisschen Hamelfleisch besorgt, weil ein Händler uns darum gebeten hat, bzw. eine Zwischenperson uns darum gebeten hat. Und ich war natürlich draußen nochmal und hab den Bestand vielleicht ein bisschen mehr dezimiert. Wie ich hab gesehen, man kann auch hier einfach Arzneikraut an Bäumen finden. Das ist halt so ein leuchtender Punkt. Mal schauen. Oh, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. So, da waren keine Weite. Da hinten und da ist noch... Ähm, das ist wohl random, wo was liegt. Ich hab vorhin gesehen, da lagen zwei Sachen, wollte es aber noch nicht aufheben. Und wenn sich das resettet, wenn man einfach aus dem Gebiet rein und wieder raus geht... I don't need to... ...könnte man das vielleicht so farmen und man braucht es halt nicht kaufen. Würde ich gerne erst mal ausprobieren, bevor wir zu unserer Schwester zurück ins Haus gehen. Und immer wieder was auftaucht. Also dann... ...das GG. Dann mach ich das offscreen 99 mal. Ich weiß nicht, wie viel man stacken kann. Aber... Okay, gehen wir noch mal rein. Warte mal schauen. Ja, da. Okay. Hier ist nichts, da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. nope da auch nicht okay es resettet also mit jedem mal neu laden oben könnten wir aber da sehe ich auch weiter nichts mal gucken ob wir hochkommen das ist fies da liegt das hier ist alfawand okay das heißt wir können arznei einfach so zwischendurch mal farmen das müssen wir nicht kaufen so hier bei uns liegt nicht so mal rein ins haus so jetzt mal schimpfen hehehehe so if you have any fun stories you should tell me hmm well popola told me about a legendary flower called a lunar tier have you heard of it that's a silly name i guess but people say finding one will make you rich beyond your wildest dreams if i ever found one i'd buy you so many cookies your stomach would hurt could a lunar tier make me better sure with that kind of money we could buy the best medicine around the kind that'll cure anything yona what's wrong it's nothing good night okay okay i'm off to popolis see you later and please stay out of trouble today okay ja das wird doch nichts mal gucken das haus rein und raus verlassen resettet das auch möglich auf jeden fall möglich okay we're we're doing das 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 Europ so zu sein. Vielleicht muss man das Gebiet verlassen. Oder es ging nur am ersten Tag oder sowas. Schade. Aber ich werde das definitiv... Okay, diese Tagebucheinträge springen sehr umher. Aber ich werde das definitiv versuchen. Wenn man das fahren kann, werde ich das einfach nichts Käpfchen fahren. Nein. 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 Wir hatten ein Team von Carpenters working on es, aber sie wurden attacked bei... Wait, wirklich? Aber es ist so sunny da. Yes, I know. Apparently, it was overcast that day and the Shades caught them off guard. One of the Carpenters was seriously injured, but they can't move him so long as... I'll go take him out if you're up for it. It could be... I'll be fine, Popo. I'm as strong as... Heck, I killed a bunch of Shades by the village gate just yesterday. Oh? That's a bit disconcerting. Anyway... Yep, I... Okay, Trouble. So, das war eine Ladeszene. Okay, jetzt ist auch bewölbt. Das heißt, jetzt können die auch kommen. anscheinend. Lass mich doch darüber. I heard they've got discount vegetables. Das funktioniert nicht so, wie ich denke. Das ist egal. Ich probiere es nachher in Angst. Doch. Also, eine Ladezone. Bären. Das ist respawnen. Und das können nicht nur Arzneinkraut sein. Okay. Arzneinkraut. Sehr schön. Werden wir wahrscheinlich gleich brauchen. Bei meinen Kampfkünsten. Okay, ich kann also Bären-Cap-Vollfarmen und Arzneinkraut-Cap-Vollfarmen. Und... Hey, ihr seid auch wieder da. Juhu. Oh, ich kümmere ich mich später. Achso, der Rollen ist schneller als Rind drin. Ja, das wird nix. Nicht bei mir. Komm, wir machen Dark Souls Parry, komm. Okay, das sind alle von ihnen. Das sollte die Schäden für ein bisschen ein bisschen Bitte, alle Tierfreunde, jetzt weggucken. Könnte Traumata hinterlassen. Au. Besonders bei mir. Tja. Monster, gar kein Problem. Tiere. Uff. Bitte ruft nicht die Pita. Ich verspreche, das sind magische Schafe und Ziegen, die stehen von alleine später wieder auf. Ja, also eine Quest per Folge. Eigentlich müsste ich jetzt wieder Schluss machen. So, warte. Warte. Es ist auch noch verschiedener Anzahl wie viele Ressourcen gerade nach dem Ladescreen respawnen. Oh. Nein, die Abkürzung geht nicht. Die geht. Warum sollte ich denn jetzt nicht zurück sein? Warum sollte ich denn jetzt nicht zurück sein? Schönen? Popola, look at me. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, einfach geliefert ist all. Oh, hier. Das Carpenters left Wow. Go buy something nice für Yonah. Oh, speaking of Yonah, sie kam by this afternoon. What? She was supposed to stay home. I think it's okay. About what? She was asking about the outside world. You mean outside the village? Exactly. She seemed excited too. Poor thing was talking a mile a minute. She's probably been getting nutty ideas from some book again. Don't worry. I made sure to remind her she isn't allowed beyond the gates. Thanks. But she was worried about you. So you'd better hurry home. Yeah, you. Da ist nichts, da nicht, da nicht. Ja, so funktioniert das 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 nicht. Ja? Ja, so funktioniert das nicht. 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 Gold ist unruhig. Die passt da durch. 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 Ich komme, Yona. Ich komme, Yona. Okay, 10 Stück kann man nur drauf. Ja, dann lohnt sich das Farmen gar nicht. Hier sagt er. Hier sagt er mir Null. Da hat er auch Null. Wie komme ich. Wie komme ich auf die Seite da. Moment, muss ich über den Baum gehen. Nee. Oh nein. Oh nein. Ich bin... Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh! Oh! Huh? 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 Okay, dann schauen und wir machen hier weiter im nächsten Part. Tschau Leute.